Mein Name ist Herzogin Leandra von Drachenstein, Erste ihres Namens. Am 31.08.1640 strandete ich mit meinem Gefolge in eurer Zeit. Nur ein Ritual, welches von 17 Kindern aus eurer Zeit durchgeführt werden muss, kann uns zurückbringen. Den Kindern bleiben drei Tage, um das Ritual zu vollenden. Die Zeit läuft. Wer scheint denn hier? Schau, schau, das ist die Zeit, das ist die Gruppe. Ein Zauberbuch zeigte uns dieses Ritual. Die Kinder mussten drei Tage lang leben wie wir. So begannen sie sich zu kleiden, wie in unserer Zeit. Und unser ehrenwerter Pater taufte sie auf neue Namen. Das Zauberbuch verlangte ein Turnier für unsere wackeren Fräulein und Wünsche. Wir übten und planten, doch durchführen konnten wir es erst an Tag 3. Der Tag, an dem sich alles entscheiden würde. Wie es sich gebührt, eröffneten wir das Turnier mit einem Umzug und einer feierlichen Zeremonie. Die Kinder schlugen sich wacke im Turnier und bestritten alle Aufwand. So konnten wir um Mitternacht endlich in unsere Zeit zurückkehren. Doch vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Die Kinder schlugen sich in unsere Zeit zurückkehren.